so und damit willkommen zurück jetzt lasst mich mal schauen ob alles passt aufnahme läuft sound ist da ja sehr schön gut dann gucken wir doch hier gleich mal weiter phaserwäten dazu ganz mal raus und schaut sich das an so schaut es aus ruhen tut gut gibt es nämlich einen schönen bonus bonus baumeister wo haben wir kommen das war lustig so problem ist folgendes der kann mich jetzt hier über mannen so er sich denn dazu entscheidet aber ich habe ja noch nicht ganz verloren dann nehmen wir uns einfach ein paar truppen und schieben die durch die gegend man wird das schon passen so da kann ich nicht viel machen wir lassen wir es dabei geht hier nicht eine festung hin nein schade so machen wir das doch gleich so oder müsste passen dann drücken wir weiter vor und kann man noch machen sofern er möchte in den erde so wenn er noch mal in den erdebau will haben wir diesmal aber leute da das 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 mache ich nicht noch mal diese schlachten so unglaublich anspruchsvoll waren ich glaube alle fronten sind so gut geschützt wie möglich naja fast ich hätte mich hier ein bisschen mehr darum kümmern können das ist auch nicht so wichtig dass er ja da könnte ich mir theoretisch zurückholen müsste passen ja 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 okay wichtige schlager sitze ich wusste es ich wusste es dass sie in den erdebau rein wollen wir dürfen mal wieder heimsklamm verteidigen los geht's ja wenn wir dann heimsklamm verteidigt haben dann haben wir wieder zehn bataillone voll armbruch schützt voll ausgerüstet das wird gut bonus gasthaus einheit haben auch noch so super so das quetschen wir hier irgendwie rein es wird schon irgendwie rein ja da ging es gerade so Tösch ist zu Fertigkeitspunkte habe ich auch zu viele viel zu viele da hätten sie zum beispiel sowas machen können wie jeder extra Fertigkeitspunkt kann dazu benutzt werden um passive Boni für die Armee zu gewährleisten zum beispiel was weiß ich was für jeden punkt 0,25 prozent mehr hit points oder sowas das wäre nicht übermäßig overpowered aber es wäre ein kleiner netter bonus als belohnung für die leute die es halt schaffen genug land zu halten mir fällt gerade ein ich habe hier ein großes problem nämlich werden die innerhalb kürzester zeit durch das tor durch sein was für ein schwachsinn verdammt damit habe ich nicht gerechnet damit habe ich wirklich nicht gerechnet oh oh na dann gucken wir mal müssen wir uns auf diesen ring zurückziehen ja ein troll haben sie auch noch wie kommt denn der troll jetzt hier hoch der ist hochgesprungen was zur hölle soll das denn ja das ist super fair dankeschön das ist ja überhaupt nicht fair bäh ob ich reparieren soll weiß ich nicht ist eigentlich sehr teuer naja ich werde das schon verteidigen irgendwie ne so wie immer so wie immer es gibt kaum eine festung die ich nicht verteidigen kann dolguldur ist knifflig ja und im community clash habe ich häufig versagt was festung angeht aber das muss ja nicht immer so bleiben naja die vor posten nehmen sie mir jetzt natürlich weg aber die kann ich mir auch irgendwann zurückholen das ist nicht schwer der war direkt da der war halt wirklich sofort da ist da echt eingefärscht oder was lol wir haben es echt nicht leicht die kommen da nicht durch dann bauen wir diesen halt nochmal an so den vor posten holen wir uns zurück die töten wir mit der zeit alle was ein heck noch das türchen machen wir auch wieder zu so wieso sollte ich nicht mehr da raus kommen habt ihr das gesehen der ist gerade geflogen beziehungsweise in der luft gelaufen ist ja eigentlich was anders ne habe ich das wirklich so bescheiden gebaut oder liegt das ich weiß nicht woran das liegt also die baumeister kommen dann nicht mehr raus gut lustig das ist eine sehr gute frage zehn punkte für griffindor so jetzt geht's auf einmal na gut aber es müsste jetzt endgültig passen nehmen wir uns die zeit bauen uns schön auf und dann wird das schon sagt los das ist auch im weg naja ich weiß ich probiere es zum zehntausendsten mal aber ich will das ding einfach haben ich will da ein gebäude haben wie wäre es denn wenn wir hier mal zu machen das wäre doch die idee räume gibt es hier natürlich nirgends viele aber ein paar hat so jetzt kommt mein regen eis eisregen vielleicht esse ich nachher vanille eis wenn wir noch da haben das wäre ganz sehen wir dann ja aber irgendwo da muss was gehen ganz einfach weil ich das will der wird eh früher oder später aufgeben das weiß ich jetzt schon so die balliste kann man auch rausschmeißen benötige ich nicht törsche auf das ist gut nein du gehst andersrum raus so das törchen machen wir auch wieder auf so alles ist draußen tor wieder zu armbrüste zum x-tausendsten mal da hoch schicken sollte eigentlich nicht so schwer sein aber für die scheint es eine echte herausforderung zu sein eine treppe zu steigen b steigen aufzusteigen auf eine treppe zu steigen auf eine treppe zu steigen alter die kriegen das nicht hin muss ein ding der unmöglichkeit sein doch das ist ein wunderbarer platz so das haben wir geschafft dann bauen wir uns hier wieder auf yeah nice ruhe ruhe jetzt ruhe ruhe ja dann geht es doch dahin komm wie sie immer ruhe schreien und schluss mit dem gequatsch ne die wollen kein gequatsch die wollen ruhe die wollen absolute ruhe so aufpassen du leider habe ich den vorposten der gegner noch nicht entdeckt deswegen werde ich hier die gräbe ein wenn wir so rum schicken ob die die festung oder das land oder irgendwas vom gegner sehen da ist zwar der feind aber das hebt mal auf da ist eine kanker da ist ein baumeister aber wow was das denn gefunden aber schaut euch das mal an was verspringt habe ich von der kino nie gesehen aber ist lustig ok oh mauern haha macht die kai auch selten mauern aber ich finde es cool hier gefällt es ist endlich mal was los doch die baut hier richtig schön mit mauern und zeug finde ich macht sie viel zu selten ich weiß nicht warum aber mir gefällt es dass sie es macht also ja schon ziemlich nice wie gesagt von mir aus gerne öfter kommt nur leider nicht so der stirbt auch ja die tarnung war wirklich nicht gut ne schluss mit dem gequatsche troll und kanker das tat weh oh man kann sogar gebäude auf auf hotkeys setzen aber nicht mehrere gebäude ne das geht nicht nein hätte es sein können hat nicht sein sollen so hier nochmal feuerpfeiler nur für den fall der fälle ich will vorbereitet sein falls was passiert ja und dann kann man im grunde alsbald rausgehen tschüss alles kaputt hey ich hab doch grad ausgebildet es ist alles kaputt schweinerei da können wir nichts bauen hier gibt es immer arbeiten na gut dann rennen wir jetzt so raus irgendwo hier muss doch was hingehen na also so ja ins feuer hinein ist natürlich dämlich das macht leider nicht genug schaden auf die festung oh schön repariert interessiert mich tatsächlich interessiert das überhaupt gar nicht komm schon ein 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 brüllschlag noch na also kann er sich gleich damit weiter beschäftigen so und dann hauen wir alles weg aber das tut weh oh oh die feuerdrachen die müssen auch noch weg hauen wir es weg den müll ja das geht doch schnell die festung kassiert auf einmal habe ich auch massiv viel geld Ich weiß nicht woher, aber bis da Waren die zu dritt? Oh, die waren zu dritt Das erklärt so ein bisschen was Ja Aber es ändert auch nicht Vielleicht wenn sie zu fünft wären Ja, dann wäre es knapp geworden Aber egal Ja, gefällt mir Mit der Mauer, nutzlos in diesem Fall Aber insgesamt Auch mit dem Tor und so Cool Gewonnen Sehr schön Das war doch gar nicht schlecht Das war doch gar nicht schlecht Passt, perfekt, läuft Wieder schön ausgebildet Das ist super Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos Wenn ihr mich unterstützen wollt Klickt einfach auf den Daumen-Rauf-Button Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren Um kein Video mehr zu verpassen Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag Macht's gut Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020